Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Partyspiel und zwar Scharfschütze. Das Ganze kann jetzt auch wieder sehr interessant werden und vor allen Dingen geht das jetzt auch schon los. Und da wechseln ja die Waffen nach einer bestimmten Zeit und hier wird sich schon ordentlich bekriegt. Und wir haben es tatsächlich geschafft hier jemanden zu töten. Komm schon, nachladen, 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 nachladen. Oh yeah, den zweiten schnell wieder nachladen. Kurz hier in die Ecke verpieseln. Und wir sehen doch eigentlich, wo die ganzen Leute sind. Am Ende des Boots, aber hier. Oh Gott, das war doch gar nichts. Okay, keiner sieht mich. Oh yeah, beide weggeholt. Alter Schwede war das gerade glücklich. Nein, 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 der wird untert werden. Wie er letztlich noch niedergemacht. Ist er hier vorne rechts? Yes. Okay, hier vorne links. Nee, der ist schon. Der ist hier vorne. Top. Oh, komm schon. Hä, wo ist der hin? Oh. Holy macaroni. Nein. Okay. Das war einfach, weil der sich auch nicht wehren konnte. Und wir waren jetzt auch ein einfaches Ziel für unseren Gegner. Moment, ist hier. Nee, hier ist niemand. Okay, auf die Map achten. Auf die Map achten. Nein. Und dann, warte, wieso bekriegt ihr euch denn nicht gegenseitig? Was ist denn da los? Beide auf mich. Ist ja völlig korrupt. Moment, hier vorne rechts sind. Also, die Waffe liegt uns bald gar nicht. Wir gehen hier nur ständig drauf. So, Moment. Eine Sekunde hier vorne. Strike. Ja. So, schnell wieder einsteigen, damit wir hier. Nein, nein, nein. Oh, what? Nein, nein. Oh. So, da dachte ich, er geht links längs, währenddessen. Also, das war keine sonderlich. Oh. Jetzt ist hier aber auch der Wurm drin. So, Moment, der ist doch... Wieso spawnen wir denn immer direkt bei den Typen? So, sind auf jeden Fall ein paar Leute drin. Beziehungsweise hier links ist einer. Hier ist auch einer, der uns völlig platt macht. Also, ich mach... Oh, nein. Kommt schon, bevor er uns... Yes. Okay, wir haben noch ganz viele Magazine... Äh, ganz viele Sachen im Lauf. Okay, jetzt mal ein bisschen Konzentration hier. Mal versuchen, nicht alle zwei Sekunden drauf zu gehen. Warte mal hier. Nee, hier ist keiner mehr. Nein. Oh, da... Oh, jetzt ist wieder... Unsere Königsdisziplin? Nein, 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 nein. Oh, da wollte ich versuchen noch zu messern. Und wieso gibt's denn schon wieder diese Waffe? Nein. Oh, messer, 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 messer. Wir wurden gemessert. Humiliation. Oh, was ist denn? Wie zuck... Oh, komm schon. Warte mal. Oh, hier. Hier? Da. Oh Gott, wir sind so schlecht. Okay, wenigstens nach gefühlten zehn Jahren mal wieder jemanden getötet. Und ich weiß, ob er den darf treffen. Durch und dann rechts. Top. Oh Gott, ein Sniper. Nein, ich sehe hier niemanden. Nein, wir sind so schlechte Messer. Oh, der hat in einen weggeholt, schnell hier rein. Wo ist der hin? Top. No scope. Ich weiß, das ist ja nicht... Ist das so verpönt? Nein. Oh, nein. Oh Mann, wir blamieren uns mal wieder bis auf die... Na, der... Das gibt's doch nicht. Also, was ist denn hier los? Top. Hinter uns? Nee. Aber hier vorne. Nein. Oh. Gehst du weg. Ey, das ist... Okay, jetzt die... Nur die Pistole. Komm schon, das lag uns doch kurzweilig... Wo ist der gerade? Egal, wir sind immer noch im soliden Mittelfeld. Das ist das, wofür wir gehen. Einfach eine solide Leistung abliefern. Ey, ich mein, bei der Waffe ist es tausendmal besser, nicht zu zielen, als irgendwie das zu tun. Weil, keine Ahnung, das geht tausendmal besser. Zumindest meiner Meinung nach. Moment, hier links. Okay, wir sind am Sack. Nein, nachladen! Oh Gott. Okay, das war ganz schlecht. Okay, neue Waffe. Oh Gott, wir sind so schlecht. Das gibt's doch nicht. Blöde Shotgun. Also, wir werden keine Freunde mehr Shotgun. Das kann ich dir versichern. Now what? Ich dachte, der hätte schon alles verschossen. Vorne rechts. Top. Und jetzt werden wir niedergemacht. Oh, holy macaroni, bleibst du weg hier. Komm schon, nein! Oh, da wollte ich ausnahmsweise auch mal wieder messern. Oh, komm schon, wer legt denn hier immer die blöden Spawnpunkte fest? Und das war's. Und ja, ziemlich weiter Abstand nach oben. Wir sind, okay, 22 zu 22, das geht durch. Oh, wir waren da eigentlich schon mal in den Top 3? Also generell in diesen Partyspielen, ich glaub nicht. Doch, ich glaub ganz am Anfang, aber eben nicht bei diesem Spiel. Das hatte ich gestern auch kurzzeitig schon mal angezockt mit euch eine Runde abends. Aber da hatte ich eben nichts angekündigt, sondern bin nur einmal schnell reingegangen. Aber Antilos LP ist auch noch mit dabei. Und wir werden jetzt natürlich nochmal eine Runde hier spielen. Und scheinbar gibt das Ganze auch Erfahrungspunkte. Und ich spiel lieber Hijacked als Jem. Dann machen wir das Ganze nochmal. Dann, komm schon, diesmal muss... Ich mein, am Anfang lief's gut. Dann mit dieser einen Waffe, das war ja eine reine Katastrophe. Und wie gesagt, mit Shotguns und Salven, ich bin mehr so, der draufdrückt und dann versucht zu zielen. So dieses Timing, das erfordert natürlich wesentlich mehr Skill. Wirklich das Perfekt zu timen, wenn der drauf ist, dann schießen und nicht dieses... Nur gut, deshalb heißt das Ganze auch Noob to Commander. Das sind noch so die Feinheiten, die da einfach fehlen. Das ist auch die Frage, ob die noch jemals kommen werden. Denn ich glaube, das beste Zockeralter ist ja, hatte ich, glaub ich, mal gelesen, ich denke mal so 16, 16 bis 18 Jahre, vielleicht auch 14 bis 16. Da sind ja die Reflexe etc. noch alles viel besser. Und, ähm, ja, ich bin... Alter Mann, der kann nicht mehr so schnell. Ich kann ja auch schlecht gucken. Gastritis in den Händen, ist das nicht auch irgendeine Krankheit? Dann versteifen die Knochen oder so. Ich glaub schon. Bin leider kein Doktor, deshalb hab ich davon keine Ahnung und so. Und es geht wieder auf das schöne Boot. Wir krempeln mal die Ärmel ein bisschen weiter nach oben. Und, ähm, ob das was bringt, ist fraglich. Aber nur gut. Wir werden uns trotzdem Mühe geben, auch. Und das Erste ist gleich eine Shotgun. Da freue ich mich ja drauf. Oh, der Erste ist hier schon... Oh yeah! Das hat doch mal ausnahmsweise geklappt. Ah, der ist uns entwischt. Der wartet doch bestimmt auf uns. Nein, tut er nicht. Komm schon, schneller, 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 schneller! Oh, what? Wieso war der denn schon tot? Nein! Wow! Ähm, Mann! Ich versteh's manchmal nicht mit dieser blöden Shotgun. Äh, 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 ähm... Ne? Crap! Bullcrap! Shotguns. Wollen wir mal weh. Schlawinern uns... Oh, neue Waffe! Oh Gott, wir sind so schlecht. Oh nein, wir sind so ein offenes Ziel. Ein, hier, ein, hier, ein, hier. So, ich kriege mir doch jetzt hier. Na! Ey, der... Schä... Er hat doch eben ein bisschen geleckt, oder? Top! Top! Oh! Holy moly! Schell, hier irgendwie in so eine Ecke verziehen. Nein! Nein, wir sind so noobs! Na, okay. Und ich bin der Größere. Aber das war sogar Antilus! Oh, was? Ach, schon wieder eine neue Waffe. So, nachladen. Top! Noch mal schnell nachladen. No! Dang it! Na, ich hasse das, ey. Gemessert zu werden, ist echt sowas von... Die Höchststrafe. Und jetzt hier noch erschossen zu werden, ist noch schlimmer. Moment. Gucken wir mal. Ohne. No! Bullshit! Ganz ehrlich! Was... Was kriegen wir denn hier nichts gebacken mit dieser Waffe? Ich meine, es ist doch... Wirklich keine... Sonderlich schwere, das... Das war top. Nein! Oh, don't you dare! Freaking hell! Also hier vorne kabbeln sich auch wieder alle. Okay. Das war awesome. Okay. Komm schon. Ist wieder jemand, oder? Top. Nein! Jetzt wurden wir weggeholt. Es ist schon mal Zeit, dass wir von da wegkommen. So ein bisschen. Yes! Yes! Komm schon! Zur Seite! Hä? Wo ist denn? Oh, der wurde von da erschossen. Nein! Oh Mann! Okay, fünf Sekunden noch bis zur nächsten Waffe. Guck mal auf, was das jetzt switcht. Oh, wieder diese doppelten. Okay. Von hier aus sind wir... Oh! Achso! Das sind gar nicht diese... ...mit den Salven. Komm schon. Hier ist wieder jemand. Oh, der zuckelt. Aber was ist denn mit dem los? Okay, das war echt extrem schlecht. Komm schon. Das muss doch jetzt mal wieder hinhauen. Der geht hier vorn längs. Er geht aber auch immer daneben. Oh, und dann legt er sich hin. Oh Mann. Okay, irgendwie ist das hier vorne immer kein gutes Pflaster für mich, habe ich das Gefühl. Endlich mal wieder jemanden getöst. Oh! Nein! What the heck? Die Waffe hatte ich ja noch nie. Hier kann man ja die ganze Zeit losrattern. Kein Problem hier. Cavallerie kommt. Die Waffe ist ja geil. Das ist echt wie so ein Mähdrescher. Ich meine, die kann man auch die ganze Zeit einfach feuern. Okay, wenn wir einmal nachladen müssen, ist das natürlich extrem crap. Ey, ganz ehrlich, dieser Typ zuckelt doch bis zum Geht nicht mehr. Das kann man doch hier keiner erzählen. Und wieso gehen wir jetzt die ganze Zeit drauf? Kann man das mal immer erklären. So, wie ist auch diese gerade mehr. Warte mal. Oh Mann ey, wieso? Die Waffe fand ich am Anfang extrem awesome. Nachladen. Nein! Oh! Yes! No! Komm schon jetzt mal ein bisschen. Die letzten paar Meter. Oh, wir haben die Möglichkeit, in die Top 3 zu kommen. Nein. Die Möglichkeit wird uns wahrscheinlich verwehrt. Komm schon, bitte. Was denn hier noch jemand? Nein! Messer, 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 Messer. Wir sind der Welt schlechteste. Es gibt doch auch so einen Modus, den wenn ich denke, man kann das nächste Mal machen. Das wird richtig bitter. Wo man die ganze Zeit nur irgendwelche... Ich würde schon was sagen, fall doch einfach mal um. Nein! Was? Er springt einmal? Oh nein, wir sind dritter. Äh, vierter. Das gibt's doch nicht. So ein... Ein Kill hätte gefehlt. Und der eine 36 zu 12. Das ist nicht schlecht. Aber gut, ich denke, zwei Runden von Scharfschütze, das soll's für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.